Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich fange schon einmal hier an. Hier ist der Spielplatz oberhalb des großen Parkplatzes Gieshübel. Der verläuft hier ungefähr, naja, 200-300 Meter vor uns. Und Gieshübel müsste dort oben sein, heißt ja übersetzt nur Giesenhübel. Oder ist ja dort der ursprüngliche Giesenhübel? Giesen heißt auf Altdeutsch, glaube ich, Schauen. Auch Kapfen heißt Schauen, also Kapfenberg ist mit dem Wort Gieshübel eigentlich. Identhübel ist der Berg, die Erhebung. Wunderschöne, riesige Föhren hier, großartig. Und ich schaue mal, wie viele Leute heute gekommen sind. Ja, die Regenfälle heute waren abschreckend. Es hat sogar extrem stark geregnet. Da vorne sehe ich eine Gruppe, das dürften so fünf, sechs Menschen sein. Und, naja, ich glaube, wenn wir zehn sein werden, dann werden es viele sein. Heute werden wir die Route ein bisschen anders wählen. Wir gehen hier hinauf zur Franz-Ferdinand-Schutzhütte. Und dann habe ich mir überlegt, gehen wir zur Kugelwiese, also frühere Kugelwiese. Hier unten ist die Schafhütte. Und dort sieht man jetzt nicht. Und dort oben ist die Hans-Nemetschek-Hütte. Ich glaube, steht sogar drauf. Genau. Wenn man es ruhig halten könnte. Und hier gehen wir dann rechts oben entlang, wieder auf den Hauptweg zurück. Und von dort dann über den kleinen Sattel oder am kleinen Sattel vorbei eben hinauf Richtung, jetzt heißt er, Salzstanglwirt. Gut, bin schon neugierig, wie es wird. Wetter ist sehr frisch, aber man kann kurz tragen. Kann sein, dass es, ja, großartig wird. Schauen wir. Gut, weiter zum zweiten Teil. Ende. Gut, weiter zum nächsten Mal. quais.